Da kommt jetzt nur so ein Pissgeruch in die Nase, ja, und dann siehst du, weißt du, geht... Als ob. Hä, als ob die einfach nachgejoint werden, grad. Und als ob da ein bisschen stehen könnte. Oh nein! Worauf geht, oder? Physi, Alter. Ja... Äh... Nee, der auch nicht. Zum Geburtstag... Ich schenke dir zum Geburtstag ein Hemm, was komplett schwarzes... Ein T-Shirt, was komplett schwarzes, wo hinten steht. Ein Pfeil, der was im Arsch zeigt. Wo drüber steht, bitte Sahne ein. Was? Oder einführen alles. Warum sind wir überhaupt nachgejoint? Wie sind solche Drecks? Ich bin unsichtbar und der tötet mich wegen dem Teammate. Mann, schon. Kein Penis. Ähm, was ist das? Ey, muss ich die Gegner jetzt noch alle anhitten, oder? Oha! Oh nein! Lass mal A safen. Und? Okay, rechts zu dir. Ey, ich bleib jetzt bei C, ich bleib jetzt bei C. Ich bin bei A, ich bin dauernd, ich bin dauernd. Nein! Ja, wenn wir jetzt wegen dir verloren haben, ne? Nein! C, Jungs! Ja, hab ich schon. Ey! Ihr wirst das noch gewinnen, Alter! Bei A, bei A, bei A, auf den Post! Wir nicht stehen! Wir nicht stehen! Ich hab die so gut zum Schluss. Bei A, gar nicht vieler. Bei A, gar nicht vieler. Nein! Oh mein Gott, das wär so episch! Nein! Warum ist niemand bei C? Geh in einer zu C, Mitte! Nein! Die war! Ich bin bei C, ich bin bei C, oh mein Gott, ich hab ihn, ich hab ihn! Nein! 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 Die war A, wo? Los, geh vorbei! Geh vorbei! Ja! 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 Von 70 zu 150 gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nice! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh no! Oh Gott! Und wir wären doch alle auf drittem Platz! Ja, Mann! Ja, ich bin für heute, ich bin für heute. Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Ich hab ihm geschrieben, ey! Seals Phanatic! Epic Fail, ey! Nice, Alter! So richtig breit zu fahren! Wir sind so allein in der Lobby, nehmen schön alle Punkte ein, dass die... Also nehmen schön alle Platten ein, dass die Punkte bekommen, Alter! Dann schau denn welche nach und zerstören sie, Alter! Ja, Alter! Das war nice! Wahrscheinlich haben die irgendeinen Glitch verwendet, Alter! Sodass die alleine sind in der Lobby! Alter! So richtig bitter für die, Alter! Das ist richtig bitter! Das ist richtig, richtig bitter! Die weisen vor allem am Ende, die nehmen doch A ein, weißt du so... Oh mein Gott, Alter! Bis zum nächsten Mal.